Seid mir gegrüßt zur Corona Club Tour 2010. Meine Lieben, wir touren für euch durch ganz Deutschland, um mit euch in den angesagtesten Clubs der Szene zu feiern. Und zwar natürlich das leckere, berühmte mexikanische Corona-Bier. Und heute da melden wir uns aus Bremen, und zwar aus dem Szene-Club La Viva. Wir befinden uns in der Corona-Fotobox. Jungs, wie ist es denn? Habt ihr schon schöne Fotos gemacht? Ja, gerade eben, ne? Und was ist das Wichtigste bei so einem Corona-Foto? Bier. Das Bier. Die Jungs haben es genau richtig erkannt. Das Bier ist absolut wichtig. Ohne Bier kommt man nicht in die Fotobox. Also, wenn man damit nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Wie seid ihr denn auf euer Gangster-Outfit gekommen? Das haben wir als Kinder immer schon gemacht, diese Pistole. Die Pistole. Die Corona-Pistole, ihr wisst Bescheid. Die Pistole, ihr wisst Bescheid.